Das neue FLIR DM93 ist ein industrietaugliches Digital-Multimeter mit hochentwickelten Funktionen für sämtliche elektrischen Prüfanwendungen. Es bietet Ihnen die Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit, die FLIR-Kunden in den letzten 50 Jahren stets erwarten durften. Dieses neue Multimeter verfügt über VFD-Modus für präzise Fehlerdiagnose, LOZ zur Beseitigung von Streuspannungen und kontinuierliche Datenaufzeichnungen zur Erkennung unregelmäßig auftretender Spannungsspitzen. Außerdem besitzt das FLIR DM93 ein helles LED-Arbeitslicht für schlecht ausgeleuchtete Arbeitsbereiche. Das FLIR DM93 lässt sich auch an Bluetooth-fähige FLIR-Wärmebildkameras anschließen. Damit können Sie elektrische Messwerte in Ihre Wärmebilder einbinden, was Ihre Befunde noch eindeutiger belegt und Ihre Berichte aussagekräftiger macht. Ebenfalls erhältlich ist die FLIR Tools Mobile App für Android- und Apple-Geräte. Ideal zur Messdatenerfassung, den Informationsaustausch mit Kollegen und die Erstellung professioneller Berichte. Das neue Digital-Multimeter FLIR DM93 gehört zur nächsten Generation von Prüf- und Messinstrumenten. Exklusiv von FLIR.